Guten Tag und willkommen zu einem Infovideo. Ja, dieses Infovideo ist sehr freundlich. Ihr hört, das Mikrofon hört sich ziemlich scheiße an. Die Stimme hört sich ziemlich scheiße an und deswegen, weil unser Mikrofon kaputt ist und das hier ist nur so ein ersatzbilliges Mikrofon und deswegen wollte ich nur kurz eine Ansage machen und zwar, wir werden uns bald ein neues Mikrofon holen, die nächsten Tage bestellen. Das heißt, in den nächsten Tagen werden nur noch die Eroberung-Videos rauskommen, weil wir Eroberung-Videos viel im Voraus aufgenommen haben mit dem anderen guten Headset unserer Meinung nach und deswegen werden jetzt noch bis jetzt die ersten, ja, vielleicht noch 5 Tage oder so Eroberung-Videos erstmal nur rauskommen, bis wir dann das neue Headset haben bzw. das Mikrofon haben und dann werden wir auf jeden Fall weitere Let's Plays machen. In der Zeit, wo wir nur noch diese, also natürlich sind wir noch auf unserem Kanal aktiv, lesen die ganzen PNs hier und schreibt und beantworten euch die natürlich, aber halt, es geht jetzt um die Videos, dass wir nur Eroberung-Videos hochladen werden in den nächsten Tagen erstmal. Danach kommt natürlich wieder Mario Kart, vielleicht News von Mario Bros. DS, das werden wir dann sehen, wir haben uns zwar viel aufgeschrieben, dazu wird es dann aber noch ein Infovideo geben. Ja, und erstmal, ups, auf jeden Fall, dass ihr nicht traurig oder sauer seid, es wird auf jeden Fall bald wieder neue Let's Plays kommen. Und, ja, auch entschuldigt diese scheiß Sound-Qualität vom Mikrofon, aber wir werden uns bald ein neues holen. Und, ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Das war's dann auch erstmal für dieses Infovideo. Ich hoffe mal, ja, dass ihr, wie gesagt, Verständnis dafür habt. Und, ja, am Dienstag, den 20. August, werden keine Videos hochgeladen, da sind wir nämlich weg, den ganzen Tag. Und deswegen werden da keine Videos hochgeladen, um mal ganz kurz so zur Info. Das heißt, ihr müsst Dienstag leider leer ausgehen. Vielleicht laden wir Dienstagabend noch eins hoch, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, ihr werdet dann halt am Mittwoch, am Montag, Mittwoch und so wieder Videos sehen. Und wenn wir das neue Mikrofon haben, könnt ihr euch auf jeden Fall auf geile Let's Plays freuen, auf geile Spiele freuen. Und, ähm, ja, wir sind weiterhin aktiv, können uns Fragen stellen und so. Wir werden auf jeden Fall beantworten, äh, Fragen beantworten und so. Und, ähm, ja, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe mal, dass euch die scheiß Sound-Qualität nicht so gestört hat. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren, Like nicht vergessen. Unten sind noch ein paar Kanäle und ein paar Videos verlinkt. Und dann würde ich sagen, ja, kurz und knackiges Infovideo. Das nächste Mal wird's auch ein Infovideo geben. Also, es wird später auch ein Infovideo geben, falls es euch interessiert, was wir noch so für Let's Plays machen. Ähm, ja, werden wir dafür noch ein Infovideo hochladen. Aber das wird dann später erst kommen. Also, lasst euch einfach überraschen, was wir für Let's Plays kommen, wenn wir endlich das neue Mikrofon haben. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren, Like nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 !